Hallo Leute und willkommen beim Sparmac. In diesem Video wollen wir euch die aktuellen Top-Smartphones der verschiedenen Herstellerstand Juni 2015 zeigen. Dieses Video soll jetzt mal eine kleine Entscheidungshilfe sein für all diejenigen, die mittlerweile den Überblick verloren haben. Denn seien wir mal ganz ehrlich, die meisten aktuellen High-End-Flaggschiffe, die nehmen sich alle nicht mehr besonders viel und unterscheiden sich eigentlich nur noch in Nuancen. Und genau darum soll es eben in diesem Video gehen. Wichtig ist auch noch der Hinweis, dass es hier keine Reihenfolge gibt. Also das Ding, was wir euch jetzt als erstes zeigen, ist nicht automatisch auf Platz 1 oder eben auf dem letzten. Das gleiche gilt dann eben auch für das letzte Smartphone. Jetzt aber viel Spaß beim Video. Wir sehen uns dann am Ende nochmal. Den Anfang macht HTC's aktuellstes Flaggschiff, das One M9. Wie wir es von den Taiwanern kennen, kommt auch das One M9 wieder mit einem extrem hochwertigen Aluminium-Uni-Body-Gehäuse. Neu ist das zweifarbige Design, denn beim Modell in der Farbe Silver on Gold ist der Rahmen in Gold gehalten, während die Rückseite in gebürstetem Silber gehalten ist. Das One M9 ist einfach ein wahrer Handschmeichler und fühlt sich definitiv wie ein Smartphone für 600 bis 700 Euro an. Es punktet außerdem mit seinem hervorragenden Full-HD-IPS-Display und der wirklich starken Performance. Ruckler oder Performance-Probleme gibt es hier keine. Auch HTC's Benutzeroberfläche Sense 7 weiß zu überzeugen. Sie ist ziemlich flach, modern und aufgeräumt, bietet aber auch geniale Features wie beispielsweise eine Themes-Engine, mit der ihr den Look eures One M9 nahezu komplett verändern könnt. Kritikpunkte gibt es hier nur wenige. Die Kamera zählt aber definitiv nicht zu den Stärken des One M9. Verglichen mit der Konkurrenz enttäuscht sie leider in Sachen Bildschärfe und auch in Sachen Farbechtheit. Die Aufnahmen sind oft überbelichtet und etwas zu kontrastlos. Das One M9 wird bei starker Beanspruchung, also beispielsweise beim Zocken, nach einer gewissen Zeit auch ziemlich warm. Mehr als 40 bis 45 Grad werden es zwar nicht, aber das Aluminiumgehäuse fühlt sich auch bei solchen Temperaturen natürlich schon ziemlich warm an. Nicht fehlen dürfen in dieser Liste natürlich auch das Samsung Galaxy S6 und das S6 Edge, denn ähnlich wie das One M9 überzeugen auch Samsungs aktuelle Flaggschiffe durch ihr hochwertiges Äußeres. Der Rahmen besteht aus Aluminium, die Rückseite aus Glas. Auch die beiden können in Sachen Performance dank Samsungs hauseigenem Octa-Core-Prozessor dem Exynos 7420 überzeugen. Ein schnelleres Smartphone werdet ihr momentan nicht finden. Beide kommen mit einem 5,1 Zoll großen Super AMOLED Display mit einer Auflösung von phänomenalen 2560x1440 bei etwa 573 ppi. Das Display ist definitiv auch ein Highlight. Es ist hell und extrem farbecht. Beim S6 Edge kommt dann noch dazu, dass das Display auch zu beiden Seiten hin leicht gebogen ist, was ein paar ziemlich coole Zusatzfunktionen ermöglicht. Zu guter Letzt wäre da dann noch die Kamera. Die zählt zu den besten auf dem Markt. Sie macht extrem scharfe und farbechte Aufnahmen. Einfach das Handy rausholen, kurz draufhalten und schon bekommt ihr mit ziemlicher Sicherheit ein überzeugendes Bild. Nachteile haben diese beiden Smartphones nur sehr wenige, dass der Akku fest verbaut ist und der wahlweise 32, 64 oder 128 GB große interne Speicher nicht erweitert werden kann. Das dürfte aber definitiv einige stören. Außerdem ist die Akkulaufzeit an sich auch nicht so überzeugend. Länger als einen Tag halten beide Smartphones bei intensiver Benutzung leider nicht. Als nächstes wären da das Apple iPhone 6 und 6 Plus. Beide wurden zwar schon im September 2014 vorgestellt, sie zählen aber immer noch zu den besten Smartphones auf dem Markt. Auch die beiden iPhones kommen mit einem Unibody-Gehäuse aus Aluminium und sie sind ähnliche Handschmeichler wie das HTC One M9. Die beiden IPS-Displays bringen es zwar nur auf 326 ppi bzw. 401 ppi, überzeugen aber trotzdem auf ganzer Linie. Vor allem in Sachen Farbechtheit, Blickwinkelstabilität und Helligkeit sind die beiden mit das Beste, was momentan zu bekommen ist. Da können eigentlich nur das Galaxy S6 und auch das Galaxy S6 Edge mithalten. Auch Performance und Kamera sind ähnlich überzeugend wie bei den beiden Samsung-Smartphones. Die beiden iPhones machen ähnlich scharfe und farbechte Bilder und auch hier zählt die Kamera zu den besten, die der Markt momentan zu bieten hat. Ein Nachteil ist aber auch bei den beiden iPhones, dass der 16, 32 oder 64 GB große interne Speicher nicht erweitert und der Akku nicht so problemlos ausgetauscht werden kann. Das iPhone 6 Plus überzeugt zwar mit einer ziemlich starken Akkulaufzeit, beim iPhone 6 ist er aber auch meistens nach einem Tag Schluss. Auch das Betriebssystem, also iOS, ist nicht jedermanns Fall. Um Daten zu übertragen, braucht es in vielen Fällen noch immer Apples Programm iTunes. Ganz neu auf dem Markt ist LGs neues Flaggschiff, das G4. Anstatt wie die bisher genannten Hersteller auf Metall zu setzen, gibt es das LG G4 optional entweder mit einer Kunststoff- oder einer Echtleder-Rücksette. Das kennt man sonst nur von Motorola. Auch das G4 kann in Sachen Display und Performance überzeugen. Und das, obwohl hier nicht Qualcoms aktueller Top-Prozessor der Snapdragon 810, sondern der theoretisch etwas schwächere Snapdragon 808 verbaut wurde. Das macht in der Praxis aber eigentlich kaum einen Unterschied. Das G4 ist ähnlich schnell wie die anderen bisher genannten Smartphones. Die Kamera kann ebenfalls überzeugen. Vor allem die Software, die einen extrem intuitiven und umfangreichen manuellen Modus bietet, hat uns ziemlich gut gefallen. Positiv ist hier auch noch die Tatsache, dass der Akku ausgetauscht und der 32 GB große interne Speicher problemlos erweitert werden kann. Das ist heutzutage schon fast eine Seltenheit. Auch hier gibt es nur wenige Nachteile. LGs hauseigene Benutzeroberfläche dürfte aber nicht jedermanns Fall sein. Sie ist teilweise noch immer ziemlich bunt und an manchen Stellen eben überladen. Und so extravagant die Lederrückseite auch ist, in Sachen Haptik kann das G4 nicht ganz mit den bisher genannten Smartphones mithalten. Die fühlen sich nämlich alle einfach nochmal einen Tick hochwertiger an. Der chinesische Hersteller Huawei hat in den letzten zwei bis drei Jahren gezeigt, dass man mittlerweile Problemos mit den etablierten Herstellern mithalten kann. Und dass obwohl die Smartphones meist eine ganze Ecke günstiger sind. Das neue Flaggschiff Huawei P8 setzt genau diese Linie fort. Es überzeugt mit einem Aluminium-Uni-Body-Design, einem hellen 5-Zoll-Full-HD-IPS-Display und einer ordentlichen Performance. Auch hier ist die Kamera ziemlich gut gelungen und in den meisten Situationen kann sie problemlos mit dem LG G4, iPhone 6 oder Galaxy S6 mithalten. Die UVP ist mit 499 Euro aber definitiv günstiger als bei den anderen Herstellern. Die Akkulaufzeit ist aber leider ähnlich wie auch beim Galaxy S6 nicht die beste und nach einem Tag ist auch hier meistens Schluss. Außerdem ist auch hier der Akku fest verbaut. Huaweis hauseigener Prozessor ist noch nicht ganz so potent wie die Prozessoren in den anderen bisher genannten Smartphones. Das ist momentan noch kein Problem, könnte es, wenn die Anforderungen in Zukunft aber steigen, schon werden. Zukunft ist auch ein gutes Stichwort, denn Huawei hat in den letzten Jahren in Sachen Updates eher enttäuscht. Entweder kamen gar keine oder sie kamen deutlich später als beim Samsung oder HTC. Da bleibt einfach abzuwarten, ob das beim Huawei P8 anders sein wird. Am Ende haben wir nochmal ein Smartphone von Samsung in unserer Liste, nämlich das Note 4. Auch das ist schon Ende des letzten Jahres erschienen. Gerade für all diejenigen, die auf größere Smartphones stehen, ist es aber noch immer sehr empfehlenswert. Die Rückseite ist in Kunstleder gehalten und auch hier kann die Kamera überzeugen. Performance und Display sind ebenfalls top und auch die Akkulaufzeit ist besser als beispielsweise beim S6 oder beim S6 Edge. Dazu kommt der S-Pen, der nach wie vor das Alleinstellungsmerkmal der Note-Reihe ist. Mit ihm kann man nämlich allerlei nützliche Dinge machen. Anders als beim S6 oder beim S6 Edge kann hier der Akku auch noch getauscht und der 32 GB große interne Speicher erweitert werden. Objektiv betrachtet hat das Note 4 eigentlich kaum Nachteile. Vergleicht man es aber mal mit dem S6 oder eben dem S6 Edge, fällt auf, dass Display, Kamera und auch Haptik bei den aktuellen Flaggschiffen schon nochmal eine Ecke besser sind. Außerdem sind die auch einfach etwas kompakter. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Nichtsdestotrotz können wir euch das Note 4 nach wie vor empfehlen, gerade aber auch, weil es etwas günstiger ist als das S6 oder das S6 Edge. Eigentlich wäre auch noch das Sony Xperia Z3 Plus in unserer Liste. Das ist allerdings noch so neu, dass man es Stand heute in Deutschland noch nicht einmal kaufen kann. Zum Xperia Z3 Plus gibt es dann in den kommenden Wochen aber definitiv auch noch weitere Infos. Ja Leute, das waren sie nun. Das waren die Top-Flaggschiffe zum jetzigen Zeitpunkt. Wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video ein bisschen helfen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne damit ab in die Kommentare und wir schauen, dass wir euch dann auch im Nachhinein ein paar individuelle Fragen beantworten können. Ganz kurz noch zusammengefasst, es gibt natürlich nicht das allgemein beste Smartphone. Jedes hat seine Stärken, alle haben aber auch ihre Schwächen. Da muss man dann individuell gucken, was man denn gerne braucht, was man haben möchte und was einem nicht so wichtig ist. Gut, falls ihr euch die Dinger zulegen möchtet, wir können die natürlich mal kurz in der Beschreibung unten verlinken. Gibt natürlich bei Sparhandy alles zu kaufen. Und das war es mit diesem Video. Ciao.